Ich bin hier oben. So Manuel, wie sieht es denn da oben aus bei euch? Sehr gut. Also ich denke, dass die Verbindung steht und dass es gut funktioniert. Ich habe jetzt die ganzen Vorbereiten und auch die Vorstellung von mir, habe ich alle mitbekommen. Und ja, war sehr interessant und ich glaube, die Verbindung ist super. Hast du ein Problem damit? Das Flugzeug hat immer nur Sprit, weil die Claudia so lange geredet hat. Musst du leider im Fallschirm jetzt gleich aussteigen. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, unten haben die, glaube ich, minus 10 Daten und hier oben der Flugzeug.